Jesus, wir ziehen auf dich, deine Lieder, die wir uns verändern, und die wir schliegen sich, deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich, Jesus, wir hören auf dich, du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich, Jesus, wir warten auf dich. Du wirst kommen nach deiner Verheißung, alle Menschen, sie werden mich sehen. Jesus, wir warten auf dich. Wir beten und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Menschen, die krank sind und leiden müssen. Wir bringen sie zu dir und vertrauen sie dir an. Bei dir sind sie in den besten Händen. Du siehst, was ihnen zu schaffen macht. Bitte hilf ihnen und heile sie. Wir bitten dich für die Menschen, die sich für andere einsetzen, sie begleiten und pflegen. Du siehst, wo sie ihre Grenzen erreicht haben und oft nur hilflos daneben stehen können. Bitte schenke ihnen neue Kraft und das Vertrauen auf dich. Wir bitten dich für alle, die im Moment keinen Durchblick haben und mit ihren Fragen und Sorgen kämpfen. Gib ihnen den Mut, bei dir zu bleiben und den Blick auf dich nicht zu verlieren. Halte sie fest bei dir. Wir bitten dich auch für uns. Hilf uns, dass wir dir vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Du hältst uns auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens.